Herzlich Willkommen zu den CA TV News aus dem April. Berlin, Drogenhandel mit Cannabisprodukten. Die Kulturmarke aus dem Späti sollte es werden, so zumindest dachten die drei Firmenbetreiber. Allerdings nur ein paar Monate, dann stand juristischer Ärger ins Haus. Als das Zollamt kiloweise Lieferung an die Berliner Firma aus der Schweiz und Belgien kontrollierte, wurde die Berliner Staatsanwaltschaft aktiv. Zwar hatte die Kreuzberger Firma versichert, dass ihre Rauchwagen einen Wirkstoffgehalt von unter 0,2 Prozent habe und sie sich deshalb nach dem Betäubungsmittelgesetz nicht strafbar machten. Doch nach einer höchst richterlichen Entscheidung vom letzten Jahr ist es nur bedingt richtig. Die drei Firmengründer und zwei ihrer Teilhaber wurden von dem Vorwurf des bankenmäßigen Drogenhandels freigesprochen. Die Kammer könne keinen subjektiven Tatvorsatz feststellen. Selbst Fahrlässigkeit könnte man den Angeklagten nicht unterstellen, denn unter anderem sei es doch für billiger Cannabis zu konsumieren statt Tee oder Rauchwaren aus dem Wirkstoff CBD. Wieder ein Hanfshop-Betreiber, der verfolgt wurde. Anfang 2019 mit einem Förderpreis, der Sparkasse für Existenzgründer belohnt, dann von der Staatsmacht aufgrund einer Anzeige seitens eines Politikers verfolgt. Der Betreiber des Hanfgeschäftes, Tobias P., stand plötzlich wegen des Vorwurfs bezüglich gewerbsmäßigen Handeltreibens mit CBD-Cannabis vor Gericht. Es droht ihm eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis. Nach dem Auftakt der Verhandlungen im Jahre 2020 wurde die zweite Runde Ende März eingeläutet, die letztendlich ein halbwegs glückliches Ende für den Beschuldigten mit sich brachte. Der Prozess gegen den Inhaber wurde eingestellt, nachdem er mit seinem Anwalt dieser förmlichen Beendigung zustimmte. Ja und dann noch ein Fall. Was hat die Justiz eigentlich gegen Hanf? Wenzel Cerverni, jetzt schon 60, ist von der Bild-Zeitung als Cannabiskönig betitelt worden. Klar, dass gerade die bayerische Polizei es auf ihn abgesehen hat. Aber warum so oft eine Durchsuchung? Gleich 20 Mal wurde bei ihm eingerückt. Der Münchner führt 18 Hanfgeschäfte in Deutschland, Luxemburg und Österreich und dort gibt es alles rund um das Cannabis. Tees, Zahnpasta, Eistee, ja sogar Hanfbier oder Hanfeier. Was kann der Grund für die Durchsuchung sein? Denn Nutzhanf ist entspannendes CBD. Das verkauft Cerverni in Kapseln, Öl oder als Tee. Enthalten ist aber auch minimal als THC. Der verbotene Stoff, der dann rausspringt, so die Staatsanwalt hat, welche Cerverni deshalb anklagt. Der Vorwurf, gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmittel. Die Klage ist noch nicht zugelassen. Er widerspricht, wir halten alle Grenzwerte ein. Die Staatsanwaltschaft zählt den THC-Gehalt. Alle Beschlagnahmen waren zusammen. Da kommt natürlich viel mehr raus. Aber das sind Dutzende Kilos. Also das kann kein Mensch alleine konsumieren, so Cerverni. Die Razzien haben für Cerverni auch finanzielle folgen. Die Polizei hat Waren im Wert von 250.000 Euro beschlagnahmt. Trotzdem will der Cannabis King weitermachen. Dieses Jahr will er an der Börse in Kanada 3,5 Millionen Euro einsammeln für noch mehr Hanfläden. Cerverni, für jede Razzia mache ich einen neuen Laden auf. Schweiz. Das CBD-Öl. Geschäft wird schwieriger. CBD-Öle sind in der Schweiz im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern für den Konsum nicht erlaubt, können aber seit 2017 als Chemikalien vermarktet werden. Per Definition sind sie nicht zur oralen Einnahme gedacht. Mangel zur Anerkennung als Naturmittel können sie aber als Duftöle oder für die äußerliche Verwendung angepriesen und erfolgreich verkauft werden. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und oft werden diese Tropfen dann auch mal oral eingenommen. Das ist kein Geheimnis und ist der ganzen Branche bekannt. Das Schlupfloch wird natürlich ausgenutzt. Darum verfügte nun die Anwältestelle für Chemikalien, dass CBD-Duftölen künftig ein Vergällungsmittel beigefügt werden muss. Diese Maßnahme entspricht faktisch einem Cannabidiolverbot für die orale Einnahme. CBD-Extrakte sollen nun auch mit Geschmackstoffen ungenießbar gemacht werden, um eine orale Einnahme zu verhindern. CBD-Öle, wie wir sie bis jetzt kennen, werden als Chemikalien vermarktet werden, dürfen nur noch während einer Übergangsfrist von sechs Monaten verkauft werden. Keine schönen Aussichten für die Menschen, bei denen die Cannabisextrakte helfen und jene, die sich damit selbstständig gemacht haben. Gleichzeitig eine paradoxe schweizerische Entscheidung. Nicht berauschendes CBD wird also verboten. Dafür soll aber in der Schweiz Grenzstadt Basel im Herbst einen Pilotversuch starten zum legalen Verkauf von Cannabis für Genusszwecke. Allerdings dürfen rund 400 Auserwählte an dem Projekt teilnehmen, wie die Gesundheitsbehörde von Baselstadt am Dienstag berichtete. Cannabis ist nach Angaben der Gesundheitsbehörden die am meisten konsumierte illegale Substanz in der Schweiz. Es ist verboten, Cannabis anzubauen, zu importieren, herzustellen und zu verkaufen. Trotz dieses Verbots ist der Konsum verbreitet und der Schwarzmarkt blüht, schreibt das Bundesamt für Gesundheit. Für die Teilnahme an dem Projekt können sich Menschen bewerben, die in Basel leben und bereits regelmäßig Cannabis konsumieren. Sie dürfen dann verschiedene Cannabisprodukte wie getrocknete Cannabisblüten und Haschisch in einigen Apotheken kaufen. Geprüft werden soll, ob sich das Konsumverhalten ändert, wenn das Rauschmittel legal gekauft werden kann. Zudem werden die Teilnehmer regelmäßig über ihre körperliche und psychische Gesundheit befragt. Das Projekt soll über zweieinhalb Jahre laufen. Die Teilnehmer dürfen natürlich kein Cannabis kaufen oder an andere weitergeben. USA. Eine lustige Hochzeit mit Folgen. Schon während der Hochzeit hatte jemand die Polizei gerufen, nachdem Gäste sagten, sie würden sich fühlen, als hätte sie jemand unter Drogen gesetzt. Einige mussten ins Krankenhaus gebracht werden, manche klagten über Kopfschmerzen und Erbrechen. Ja, eine spannende Lasagne. Die Braut wurde damals von der Polizei gefragt, ob sie erlaubt hatte, dass Drogen ins Essen gemischt wurde und sie verneinte, so die Polizei. Ein Gast sagte, sein Herz habe zu rasen begonnen und er begann, verrückte Gedanken zu haben. Eine andere Frau auf der Hochzeit sagte, sie habe gesehen, wie ein Mitglied des Catering-Teams eine grüne Substanz zu ihrem Essen hinzugefügt habe. Die Braut habe ihr beim Tanzen erzählt, dass sie Cannabis ins Olivenöl getan habe. Die Polizei verließ die Hochzeit mit Essen in Glaskontainern, um diese testen zu lassen. Darunter Erdbeeren, Schokolade, Pudding und Lasagne. Sowohl Lasagne als auch Brot wurden positiv auf THC getestet, genauso wie die drei Gäste. Nun muss die Braut mit einer Anklage rechnen. Ja, Spanien, gigantische Cannabis-Plantage, riesige Felder und außer Cannabis-Pflanzen nichts in Sicht. Laut der spanischen Polizei soll es sich um den Fund, um die vermutlich größte Marihuana-Plantagehandel, die jemals in Europa gefunden wurde. Insgesamt sollen bei der Aktion 415.000 Hanfpflanzen im Werte von über 100 Millionen Euro, ja, gehört richtig, vernichtet worden sein. Die Plantage erstreckte sich insgesamt über elf Felder mit einer Größe von rund 67 Hektar, teilte die spanische Strafverfolgungsbehörde Gurude Zivil mit. Rund 50 Tonnen der Pflanze wurden zudem in einem Lagerhaus gefunden, wo es getrocknet und anschließend zu Cannabidiol, also CBD, verarbeitet werden sollte. Im Zuge der Aktion sind drei Personen verhaftet worden. Der Besitzer der Plantage erklärte, dass es sich hierbei um einen legalen CBD-Betrieb zur Herstellung von industriellem Cannabis handele. Es sei geplant gewesen, große Mengen der Pflanzen nach Italien und die Schweiz zu exportieren. Es bleibt ein Rätsel, warum es einfach vernichtet wurde. In diesem Sinne, passt auf euch und euer Gras auf, bleibt tapfer und gesund, lasst einen Kommentar da oder einen Super Sanks und abonniert uns. Bis zum nächsten Mal. Baba. fordone user und aus u augen und Untertitelung des ZDF, 2020